Heute schreiben wir einen Test. Hoffentlich passiert irgendetwas. Dann fällt der Test vielleicht aus. Ich hoffe, ihr seid gut vorbereitet. Ich habe den Test extra schwer gemacht. Können Sie den Test nicht extra einfach machen? Nein. Wo bleibt dann der Spaß? Ihr habt 60 Sekunden Zeit. Keine Sekunde länger. 30 Minuten später. Wie läuft es? Es läuft schlecht. Sehr gut. Ich trinke jetzt meinen Kaffee. Was ist denn hier passiert? Leute, es brennt. Wir müssen hier raus. Schnell, alle mir nach. Das Feuer kommt näher. Wir müssen springen. Eins, zwei, drei. Einen Tag später. Hallo Lisa, wie fühlst du dich? Es wird schon besser. Ich habe gute Neuigkeiten. Die Feuerwehr hat einen Test gefunden. Du hast eine 4-. Was?